und da sind wir wieder und zwar in der werkstatt im autohäfen schrottplatz ich spiele heute den killer das gespenst ich habe lange nicht mehr damit gespielt und habe keine ahnung mehr wie das geht aber wir versuchen es noch mal ich will immer die totems machen weil ich so lange keinen killer mehr gespielt habe was war das ach scheiße da muss die andere hingelaufen ich weiß es nicht mehr aber ich habe schon mal einen gesehen ich bin da hinten ich hab dich gesehen komm spielen mama will doch spielen habe ich jetzt getroffen ich sehe gar nichts doch mensch lauf doch ich weiß nur nicht in welche richtung da ja das war doof aber du gehst da sowieso rüber nehme ich mal an das ist okay das ist okay ich hätte jetzt wahrscheinlich das eine machen müssen da in diesen komischen modus reingehen was gar nicht von dem ich besessen bin wenn ich jetzt ehrlich bin aber scheiße teil falsche taste gedrückt das ist nicht dein ernst nein ich bin so dämlich das muss bestraft werden also es wurde ja gerade schon bestraft wie kann man die falsche taste drücken ehrlich jetzt da ist noch nichts passiert die werden hinten aber wieder an den einen generator gleich rangehen so würde ich jetzt zumindest machen der ist doch ist keiner der ok also es ist jemand da aber ich wüsste nicht wo wenn ich jetzt endlich bin ok da ist keiner drin wäre auch ein anfänger fehler aber mache ich auch manchmal weil ich denke das ist so doof da guckt der killer eh nicht nach was ja auch oft stimmt muss ich dazu sagen ja hier ist es bist du also diesmal habe ich die richtige taste gedrückt oh schade da hinten ist sie auch nicht schon wieder zu einer palette bleibt stehen ich will nur spielen mama will doch nur ein bisschen an dir das messer ausprobieren beziehungsweise das schwert oh fuck nein ich bin so doof ich darf nicht zu früh schlagen das ist das problem jetzt aber ha 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 hab ich dich ich weiß nur nicht mit welcher tast ich dich aufheben kann so jetzt kann ich dich aufheben hier ist ein haken das ist schön mama hängt dich hier vorne direkt hin der war noch nicht gemacht ok ach so da kann ich gar nicht raus der war noch nicht fertig den machen wir mal kaputt in der zeit haben sie dann gleich zeit sie zu holen ist sie schon geholt? ne wo seid ihr denn alle liebe kinderchen? jetzt hat sie ihn geholt da verstecken sich die schweine ihr könnt mich austricksen aber ihr könnt nicht vor mir fliehen scheiße oder auch doch wieso können alle mal da durchschlagen nur ich nicht das ist doch kacke echt jetzt so ein Mist bleib stehen bleib stehen wo ist denn der generator der gerade gemacht worden ist Mist Mama wird langsam böse Mama möchte doch nur spielen aber wenn ihr nicht mit Mama spielen wollt dann kommt Mama und holt euch wo war das? wo war das? also so langsam finde ich das ja schon eine geile spielweise hier geilo mat hab ich die eine jetzt schon flach gelegt? ne ne? wo ist sie hin? wo ist sie hin? ich hasse diese killer ansicht ehrlich da bist du ja und ich dachte du wolltest abhauen ich komm dir gerne hinterher und helfe dir Mist das funktioniert nur bei allen anderen aber nicht bei mir ah halt da hinten hab ich was gesehen gerade bleib doch stehen jetzt hab ich dich verloren so geht das aber nicht den hier haben wir noch nicht gemacht Moment Moment ich seh dich laufen bleib schön stehen komm 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 lauf 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 jetzt bin ich so schnell jetzt seh ich sie nicht mehr hahaha ich hab dich trotzdem noch erwischt haha meine rache wird fürchterlich sein meine rache ist schon fürchterlich ich hab keinen phasenlauf mehr das ist doof ja ich weiß zwar wie ich mich verstecken würde aber das machen die ja offensichtlich nicht so der ist schon am laufen dich hab ich gesehen schön stehen bleiben oh scheiße schön stehen bleiben Mama will nur spielen hahaha Mama will spielen und wenn du nicht spielen willst dann spielt Mama mit dir und bringt dich hoffentlich auch noch zum nächsten Haken nicht runterspringen sonst macht das ganze doch keine Spaß mehr hahaha Mama will weiterspielen und man macht das ganze mittlerweile Spaß aber hier ist keiner achso es ist auch gar nicht gemacht haha daran könnte es liegen ich kann nicht in den Phasenlauf gehen nein nein die war doch grad noch hier Leute tut mir das nicht an haha da hast du dich also versteckt jetzt gehst du doch hinten rum okay nein scheiße falsche taste aber ich hab dich trotzdem noch erwischt bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen deine Spuren sehen so anders aus ich hab dich verloren so ne scheiße auch mein das ist so ungewohnt jedes mal will ich hier die Haken manipulieren oder irgendwas kaputt machen dabei bin ich ja die Böse also ich bin nicht böse aber ich bin der Killer hab ich dich haha komm zu Mama ich will nur spielen nur spielen mehr will ich nicht ach wo ist die blöde Kuh jetzt hingelaufen ach dann mach ich halt die Palette kaputt kriege ich wenigstens noch ein paar Pünktchen für haben sie den jetzt gerade gemacht och ja lauf doch nicht gegen den Baummensch so das heißt da hinten die beiden Generatoren sind glaube ich die einzigen die noch gemacht werden können wo geht ihr denn hin geht ihr nach draußen oder geht ihr nach drinnen ich glaube ihr seid gerade nach draußen gegangen Kuckuck hallo hab dich hahaha so langsam denke ich ich werde bekloppt bist du rechts oder links rumgelaufen es soll mir auch egal sein weil ich finde dich sowieso nicht mehr jetzt habe ich den anderen ah Moment ich hab nur angetäuscht ich hab dich nämlich gesehen haha so jetzt habe ich dich wieder verloren jetzt mache ich erst mal das Ding hier kaputt wo bist du? spiel doch ein wenig mit Mama komm ich will ja auch gar nichts böses tun da war doch noch was was war denn das? ey das war ein Generator ihr Schweine ihr Schweine ihr Schweine habt Mamas Generator kaputt gemacht oh dafür müsst ihr büßen hahaha da läuft sie komm zu Mama das schaffe ich noch die Paletten sind alle weg und du liegst bald im Dreck glaub es mir du willst nämlich nicht mit mir spielen aber ich will mit dir spielen wo ist sie denn? da hallo nimm die doch mal auf da hinten ist ein Haken das ist sehr schön hab ich eigentlich schon irgendjemanden umgebracht ne ne? ha jetzt muss ich erstmal den Generator jetzt kaputt machen so ne? was schreist du denn so? hab dich doch nur an den Haken gehangen ah ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen scheiße ich weiß nicht mehr wo du bist aber ich hab dich gesehen oh die ist getötet worden Mist ich seh nicht wo die eine hin ist aber die andere ist getötet worden hm mal gucken ob ich noch eine finde ist hier noch jemand der mit Mama spielen will nein? ich lauf jetzt einfach mal fleißig die Generatoren ab mal gucken wo sie sind höre ich mich selber eigentlich die ganze Zeit oder höre ich jemand anderen ich weiß es nicht aber hier war auf jeden Fall jemand dran jemand der mit Mama spielen möchte oder möchtest du nicht spielen? Mama ist auch gar nicht böse zu dir oder böse auf dich Mama will einfach nur spielen du willst mit Mama verstecken spielen ich verstehe aber da ist noch eine Palette die ich noch kaputt muss weil sonst können die 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 mit mir spielen wollen ja gar nicht vernünftig hier weg da ist schon wieder einer am arbeiten so nicht mein Fräulein so nicht wenn du nicht mit Mama spielen willst dann kriegst du eins drauf jetzt nicht drehen ich hab nicht gesagt dass du dich drehen darfst scheiße ich wollte sie ablenken Mann da ist sie ha ich hab dich gesehen Mama will doch nur spielen ja scheiß drauf was sie da hinten fabriziert Mama will spielen Mama will mit allen spielen wieso ist hier keiner das war gar nicht hier das war gar nicht hier oder irgendwo die machen jetzt den letzten Generator und dann sind die raus die Schweine aber die haben doch noch gar nicht richtig mit Mama gespielt ja jetzt ist sie deine Position fach oder auch nicht doch du bist irgendwo hierhin geflüchtet das sehe ich doch wo bist du hin wo bist du hin ah was ist genau so gemacht wie ich mir gedacht hab und jetzt habe ich dich ah da bist du es ist die gleiche es ist die gleiche ja bleib stehen Mama will nur spielen mehr will Mama doch gar nicht ich bleib stehen irgendwo hier bist du durchgelaufen fuck ich hab dich übersehen nein 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 hm ach da hinten ist sie Moment ich bist ja trotzdem mal im Schaden doch mal ich hab dich gesehen ich hab sie zumindest so halbwegs gesehen wo du hingelaufen bist ich hör dich auch weit kann sie nicht gekommen sein hallo ist nicht dein Ernst Mama will doch nur spielen bleib doch mal stehen ich hab dich und da ist ein Haken ist das nicht schön an so einem Haken du hast mich genervt deswegen mach ich noch einmal hinterher so hat die sich jetzt umgebracht das hörte sich jetzt gerade so komisch an hier muss ich schon wieder was kaputt machen das kann doch nicht sein dass ihr die Mama immer so ärgern wollt ihr seid böse böse Kinder seid ihr ja das ist schön ich wollte dass du ihn vom Haken holst beziehungsweise sie hier ist auch schon wieder gearbeitet worden Mama ist langsam richtig böse auf euch so mal gucken ihr seid keine braven Kinderchen ihr gehört an den Haken komm zeigt euch doch mal Mama ist doch ganz lieb zu euch ja komm komm hab ich da grad was gesehen? ja dich hab ich Dich hab ich Dich hab ich du kommst an einen schönen Haken während der andere die Tür auflacht das hab ich gesehen aber ich glaube dass du jetzt tot bist oder? da da bist du scheiße ich hab Dich ich hab Dich doch grad noch gesehen und jetzt haust du einfach vor mir ab wie? sowieso Ah hat die sich jetzt hier irgendwo drin versteckt oder was? ne die sind ausgemeldet ach da war noch eine Tür die hab ich gar nicht gesehen ok ok du bist böse na die sind schon draußen die haben die Tür schon offen gehabt hab ich gar nicht mitbekommen aber ich glaube ich hab diesmal gar nicht so schlecht gespielt dafür dass ich jetzt das 4. Magina gespielt hab uh das gibt Punkte Punkte für Mama so langsam mag ich den Geist muss ich ganz ehrlich sagen die waren alle so viel besser als ich und ich hab sie trotzdem dran gekriegt oh ist das schön 3 hab ich umgebracht einer ist leider Sandro oh Schatz wenn du wenn du jemals dieses Video siehst und ich weiß das weißt du ist es dein Sandro? spielt der jetzt auch mit? wenn ja konnte ich ihn leider nicht töten ja also mir hat die Runde wirklich sehr viel Spaß gemacht Mama möchte gerne weiterspielen aber ich glaube ich habe meine Daily nicht erreicht ich weiß immer noch nicht was das heißen soll aber ich hab immerhin 3 von 4 hab ich geschafft was auch immer ich dafür machen musste ich glaube ich musste jemanden zweimal treffen wenn ich das richtig verstanden hab das heißt theoretisch hab ich jetzt von allen 4 Survivoren einmal nicht zweimal getroffen es könnte jetzt der sein der jetzt rausgegangen ist schade aber es gibt ja noch eine zweite Runde und dann wird Mama wieder spielen muahaha